Der spannende Moment, ja, wir übergeben die Krone an die neue deutsche Glühweinkönigin und ich darf mal um einen Applaus bitten hier vom Publikum. Sehr schön, wunderbar und es gibt ein Tusch aus dem Schifferklavier, wunderbar dazu. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann in jedem Haus, wünsche Weihnacht, lieber Weihnacht, lieber Weihnacht, denn es gibt der frohe Schatz. Etwas zum Wünschen, etwas zum Geben und nicht allein sein, in anderen Leben. Einmal im Jahr geht's den Baum voller Leer, Weihnacht ist auf. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas und a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Erstmal auf den Ofenblechchen, warten wir gespannt, klappant. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Kling eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Super war das!